hallo leute herzlich willkommen auf den sammeln und heute spielen wir hier sehen können eine runde lego star wars und wir sind gerade in hunger city und ja wir legen weiter auf jeden fall los laufen den markt jetzt kommt zu die was diese stecken ein großes kacka diesmal willst du uns vielleicht etwas sagen bisschen peinlich sein aber da weiß ich von dort verbannt worden ich vergessen dass das klingt wie etwas dass man sich besser hätte merken sollen wie ich sagt kein verstand wie langsam lauften die vielleicht auch sagen warum verbannt ich weiß nicht wo wir hinlaufen jetzt haben wir hier rein okay eine droidenarmee will die nabu angreifen wir müssen sie waren was geschieht nun eigentlich mit jaja binks okay jetzt machen Ach, da unten oder was? Dann wäre ich mit so einem Kiech. Nö, geht nicht. Gut, dann laufen wir aber ja. Bam. Wohin muss ich? Wie bei dem? Okay, okay. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge, er wird nicht lenken. Bam. Ja, weg. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur mich. Ah. Okay. Aufgeknallert, fahren durch das Planetenkern. Hier, euster Bongo. Wenn ihr bereit für Verprügeleien. Level starten, ja. Ach so, wir sind ja unter Wasser. Stimmt. Ah. Hey, dieses Ding kommt aber auch echt wieder. ja keine sorge die macht wird uns leiten die macht schnell schieß mit der hemmen bleiben sollen in otogunga diese kreatur kommt zum weg schieß sie ab wo wir waren ohoi ja bitte gemacht riesen fehler es gibt immer einen größeren fisch wo er recht hat hat er recht wir verlieren energie ruhig bleiben das ist noch kein problem ihr verrückt wann ihr sie denken wir sein problem das ist mal ein ding das ist mal ein fisch wir haben wieder energie volle kraft voraus mitte doch gesagt planetenkern böse nummer dein unerschütterlicher optimismus macht wirklich mut ja er spielt mit uns ja ich sehe unser freund hat wieder hunger glaub ich auch auch wieder da warte hm das schön schön wir müssen die königin finden ah der sieg ist unser ok ok Ein größerer Fisch. Freiges Spiel freigeschaltet. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Nicht wundern, dass dieses Video heute mal etwas kürzer ist. Hat interne Gründe, warum das heute halt, wie gesagt, ein bisschen kürzer ist. Ehm, halt einfach nicht wundern, warum das jetzt nur so neun Minuten oder so geht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut, ob mein Discord-Server vorbei ist und in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr den Jordan würdet. Und macht dort gerne mal die 300 Member voll. Ähm, Grüße gehen an Ghost raus. Der hat nämlich den Server geboostet. Ähm, wenn ihr auch geboostet, äh, wenn ihr auch genannt werden wollt, boostet den Discord-Server. Dann wird das am Anfang des Videos passieren. Warum ich den jetzt am Ende, ähm, sag, ist aus dem Grund, weil er halt schon, ähm, geboostet hat. Und ich ihn einmal, halt schon, gegrüßt habe. Deswegen tue ich es jetzt nur noch am Ende. Ja. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Alter. Euer Hassan. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018